Mit dem nächsten epischen Auftrag von Woche 7 und zwar besiege Riot. Ihr müsst also einen Charakter besiegen, weil er ein Verräter war. Ich denke, weil er zum IO dazugehört oder gehörte zum IO und hat diese Organisation dann verraten und wird deshalb von ihnen gejagt. Aber auf jeden Fall findet ihr Riot hier in der Nähe von Misty Meadows und direkt neben der gelben Stahlbrücke. Ihr müsst einfach Waffen suchen oder genug Waffen suchen, um diesen Boss, diesen NPC zu besiegen. Das werde ich jetzt mal tun und dann werde ich euch zeigen, wie einfach das eigentlich ist und wie viel Leben er eigentlich hat. So, ich habe es jetzt für euch getan. Wenn ihr einmal, also wenn ihr Riot eliminiert habt, ich war sowieso von dem Gegner hier zu sterben, dann wird er als Geist wieder auftauchen. Dann wird er euch nicht mehr angreifen, sondern ihr könnt mit ihm ganz normal reden wie alle anderen NPCs. Aber dann habt ihr den Auftrag erledigt, Freunde. Ihr müsst ihn einfach nur killen und dann wird er wieder als Geist auftauchen und dann habt ihr diesen Auftrag erledigt. Und ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, wie immer. Lasst doch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen und viel Spaß mit den Wochen 7 Aufträgen. Haut rein! Satz! Satz!